Der deutsche Mittelstand ist mit seinen 3,4 Millionen Unternehmen Leistungsträger der deutschen Wirtschaft. 55 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung werden im Mittelstand generiert. Die deutschen Unternehmen sind sehr erfolgreich auf den globalen Märkten, indem sie aus einer Hand innovative Lösungen und besten Service ihren Kunden bieten. Und der Mittelstand ist Säule unseres Arbeitsmarktes. 60 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer sind beim Mittelstand beschäftigt. Die größten Herausforderungen sind durchaus sehr vielfältig. Wir haben einmal den demografischen Wandel. Das heißt, finde ich weiterhin die Fachkräfte, die ich brauche. Wir haben derzeit ein sehr volatiles Marktumfeld. Wir sehen den Ölpreis auf sehr niedrigen Ständen. Wir sehen sehr volatile Kapitalmärkte. Die Devisenmärkte bewegen sich. Die Digitalisierung wird natürlich für ein verändertes Markt- und Wettbewerbsumfeld sorgen. Die Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Industrie 4.0 ist nur ein Schlagwort, mit dem wir versuchen, diese Veränderungen zu beschreiben und zu begreifen.